Begleite mich zu unserem Kunden ABA Boyle. Das mittelständische Unternehmen hat zwei Laser von uns und stellt Gas- und wasserführende Teile her. Ja, wir haben den Laser, nachdem wir seit 2017 im Einsatz sind. Und der U-Füll und der individuellen U-Füll, die ihr uns angeboten habt. Das ist wirklich, das ist unsere erste Maschine, weil in unserem ersten Vorhang sehr gut unterstützt wird. Ja. Und wir sind geleitet. Das Support war super schön. Ach so. Deswegen haben wir uns für euch entschieden. Mit den Lasern von 2017 und 2019 werden Herstellungsdatum, Zertifizierungsbezeichnung und Nenngröße für die Rückverfolgbarkeit aufgelasert. Bei meinem Besuch habe ich einen Einblick in den gesamten Produktionsablauf erhalten. Als erstes sind wir in die Gießerei gegangen und da wird Messing geschmolzen und in Formen gegossen. Danach kommen die Bauteile in die Zerspanung für die Weiterbearbeitung. Hier werden zum Beispiel Anschlüsse eingefräst. Dabei ist natürlich hohe Präzision extrem wichtig, damit diese Anschlüsse dicht sind. Jetzt geht's an unsere Laser für die Markierung. Beide haben eine Hubtür und bei dem Laser von 2019, den ihr hier seht, sind noch zwei Drehachsen integriert. Letzter Schritt ist der Versand in die ganze Welt. Abia Boyle ist ein beeindruckendes Unternehmen in vierter Generation. Vielen Dank für die spannenden Einblicke.